Oh ja da sind wir wieder in oder mit bei whatever Fallout 3 wir sind hier in Forschungslabor und wollen mit Dr. Lee reden und hier gibt es noch hunderttausend Leute Bitte entschuldigen Sie mich, es gibt viel zu tun Ähm was machen Sie hier? Sie sehen ganz und gar nicht wie ein Wissenschaftler aus Nein nein ich bin nur der Handlanger hier zum Tragen von schweren Geräten und so Ich bin kein Wissenschaftler Ich helfe nur Dr. Lee bei allem was ansteht Bitte entschuldigen Sie mich, es gibt viel zu tun Ähm du, Dr. Zimmer Sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? What? Kommt drauf an, worum geht es hier eigentlich? Direkt zum Kern der Sache, so gefällt es mir Nun, wie es sich herausstellt ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen Entwendetes Eigentum? Welches Eigentum? Hm, wie könnte ich das formulieren damit Sie es verstehen? Für Sie ist ein Roboter nichts als ein Blecheimer Sie kennen ja nur diese Mr. Handy Zeugs und so fort Nun, es gibt auch noch andere Roboter Verstehen Sie? Im Commonwealth stellten wir künstliche Menschen her Synthetische Humanoiden Programmiert um zu denken, zu fühlen und zu gehorchen Und ähm Und da kann es passieren, dass Sie die Dinge verdrehen und einfach ausreißen Ach so, das hat mit dem, ähm, äh, Androiden zu tun Ähm, hört sich nach Sklaverei an Sicher, dass sie nicht absichtlich fortgehen Interessant, aber was genau hat das mit mir zu tun? Genug mit dem technischen Gefaselzimmer Sagen Sie mir, was ich mache Sie helfen mir, diesen Androiden zu finden Oder etwa nicht? Bis hierher konnte ich seine Spur verfolgen Er ist da draußen, irgendwo im Ödland der Hauptstadt Er muss irgendetwas Drastisches getan haben So etwas wie Gesichts-OP und eine Speicherlöschung Sonst hätte ich ihn mittlerweile schon gefunden Das wird nicht einfach Vielleicht merkt er nicht mal, dass er ein Androide ist Reden Sie nicht mit ihm, sondern holen Sie mich Ich mach das schon Und dafür würde ich aber entlohnen, ja Weiß ja nicht, wie es im Norden ist, aber hier werden wir fürs Arbeiten bezahlt Sagen Sie Zimmer Ist Ihre Brieftasche genauso groß wie Ihr Mundwerk? Ähm, ja Natürlich werden Sie entlohnt Ich habe die fortschrittlichste Technologie des Commonwealths zu bieten Ich möchte etwas davon mit Ihnen teilen Denken Sie nur daran, wie neidisch all Ihre Freunde sein werden Ich habe keine Freunde Klar, ich werde den Androiden schon finden Fabelhaft Finden Sie meinen Androiden und ich werde Sie nicht enttäuschen Hier, hören Sie sich diese Nachricht an, die er mir geschickt hat Er macht sich lustig über mich Dafür wird er bezahlen Also diese Androiden-Sidequests ist ziemlich umfangreich Und natürlich kann man die halt wieder so abschließen, dass man ein gutes oder schlechtes Karma bekommt Und ich glaube den Androiden bei dem, also wenn man erstmal rausgefunden hat, wer es ist Bei dem zu verpfeifen ist die schlechte Entscheidung Ähm, ja Aber ich weiß gar nicht mehr so genau die Details von der ganzen Sache Ich muss schon genau wissen, womit es ist Was ist denn ein Androide? Also gibt es Vorschläge für die Suche nach dem Androiden? Ähm Äh, ich muss jetzt gehen Danke, nee, nicht jetzt, nicht jetzt Du, oh Gott Wenn Sie Doktor Zimmer auch nur ein Haar krümmen, breche ich Ihnen das Genick, als wäre es ein Streichholz Bitte Streichholz Guten Abend Dr. Lee WTF, warum haben wir hier Karotten und Birnen? Ähm Hier war gerade noch so eine komische Anna, wo ist denn die? Äh, da, hm, warten Was darf's denn sein? Oh Gott Äh, ist Dr. Lee so schlau, wie man sagt? Sie steckt fast alle hier locker in die Tasche, aber das heißt nicht viel Was wissen Sie über Zimmer? Er stammt aus dem Norden und prallt immer damit, wie großartig es dort oben doch sei Die haben den Schuss nicht gehört, die sind noch nicht mal imstande auf ihre Roboter aufzupassen Okay Such meinen Vater, haben Sie ihn gesehen? Hören Sie, einige von uns versuchen hier zu arbeiten, es gab in letzter Zeit schon genug Unterbrechungen Jeder, der hier durchkommt, muss an Dr. Lee vorbei Warum gehen Sie nicht einfach ihr damit auf die Nerven? Ah, natürlich Von hinten, Kopf rein, bam So Äh, was gibt's denn hier, was können wir denn hier klauen? Was vielleicht nicht mal als Klauen angezeigt wird Ja, ne Hey, aufpassen, klar? Wie war das gerade? Die Charaktere hier sind ja noch schlimmer und nerviger als in, in Dingens, ähm, Megaton Äh, Dr. Lee, ich hoffe irgendjemand vernünftig ist das Obwohl, ne, da hinten sind noch mehr Leute Tschüss, Dr. Lee Du Warum stehst du dort in der Ecke? Ich heiße Janice Kaplenski, und ich bin die Chefbotanikerin Was brauchen Sie? Ich suche meinen Vater, haben Sie ihn gesehen? Ich hab gesehen, wie ein Mann mit Dr. Lee gesprochen hat, aber ich sollte nicht darüber reden Sie hat bereits schlechte Laune, und ich möchte sie nicht noch mehr reizen Sie sollten vielleicht einfach mit ihr darüber sprechen Was wissen Sie über Zimmer? Was ich weiß, außer der Tatsache, dass er ein egoistischer, arroganter und überheblicher Dreckskerl ist? Nichts Er stammt aus dem Commonwealth und sucht so einen speziellen Roboter Ich muss zugeben, dass mich das interessiert, aber ich habe zu tun Auf Wiedersehen Okay, wir sollten einfach mit Dr. Lee reden Alter, der ist schon wieder So Und erbrechen Sie sofort Ihre Arbeit Ich habe etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen Gibt es das Wörtchen Nein im Commonwealth nicht? Es bedeutet keine Chance Ihr vermisster Roboter ist jetzt nicht das Wichtigste Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen Sie, Sie sind das Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich Sie sind der Sohn von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Moment, woher wissen Sie, wer ich bin? Kennen wir uns? Sie kennen meinen Vater? Haben Sie ihn gesehen? Wo ist mein Vater? Sagen Sie es mir, jetzt! Ähm, äh, ja Sie waren damals zu jung, um sich jetzt noch dran erinnern zu können Und James hat wahrscheinlich nie von mir gesprochen Typisch Ich bin Dr. Madison Lee Vor vielen Jahren habe ich mit ihren Eltern zusammengearbeitet Jetzt betreibe ich hier in River City das Forschungslabor Das hier war meine einzige Option Als ihre Mutter starb, ging Vater mit ihnen weg Er ließ die Arbeit hinter sich Wir konnten nur dasselbe tun Ich versuche meinen Vater zu finden Haben Sie ihn gesehen? Ja, das ist so langweilig Können Sie mir mehr über meine Eltern erzählen? Ich würde gerne mehr über sie erfahren Alter Schwede Ja, ähm Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er sie hergeschickt hat Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er sie dort zurückgelassen hatte Hier geht es nicht um mich, sondern um meinen Vater Also, wo ist er? Ich verließe die Worte, um ihn zu suchen Verdammte Worte, ich lasse mich da nicht einfärchen Ihr Vater ist nicht mehr hier Und ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie in einem anderen Ton mit mir sprechen könnten Nein Dann verschwenden Sie nicht meine Zeit und sagen Sie mir, wo er ist Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll Wo ist Ihr altes Labor? Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier Bitte, folgen Sie ihm nicht Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen Können Sie mir noch mal sagen, wo mein Vater... Nee, können Sie mir mehr über meinen Eltern... Sicher kann ich Ihnen von Ihren Eltern erzählen Ich habe lange mit Ihnen zusammengearbeitet, bis... Ihre Mutter starb und Ihr Vater uns verließ Was möchten Sie noch wissen? Ja, sehr viele Informationen Wie war denn mein Vater damals? James Er war sehr engagiert Wollte die Welt verändern Naja, das wollten wir damals wohl alle Er konzentrierte sich nur auf zwei Dinge Auf den Erfolg des Projekts Purity Und auf ihre Mutter Als ihre Mutter starb Gab er auf, denke ich Ich weiß, dass er auch sein Kind beschützen wollte Aber irgendwie war es auch eine Flucht Trotzdem hat er es anscheinend nie ganz verdaut Ich bin ziemlich schockiert, dass er es nach all der Zeit nochmal versuchen will Okay, ich habe meine Mutter nie kennengelernt Was können Sie mir über sie erzählen? Warum ist meine Mutter geschworen, was passiert? Naja, Ihre Mutter war eine gute Frau Eine engagierte Wissenschaftlerin Ihr Vater hat sie sehr geliebt Ihr Tod hat alle schwer getroffen Sie hatte sich so auf ihre Geburt gefreut Was ist meine Mutter? Es gab Komplikationen bei der Geburt Niemand hatte es erwartet Wir waren nicht optimal darauf vorbereitet Sie müssen verstehen Wir hatten nur alte, heruntergekommene Geräte Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand Ich verstehe, ich bin sicher, es wurde nichts unversucht gelassen Sie waren nicht vorbereitet, meine Mutter ist tot Was auch immer, ich habe sie sowieso nicht gekannt Ja, nur... Leider war es nicht genug Naja, reden wir über etwas anderes Okay Können Sie mir eventuell helfen? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe meine eigenen Probleme Ich habe nicht die notwendigen Mittel, um James' idiotische Absichten oder ihre Suche nach ihm zu unterstützen Tut mir leid Scheiße, so wenig Sprache Ähm, wir versuchen es trotzdem Ein paar Stimpaks kann ich schon abgeben Ist nicht viel, aber vielleicht wird es dadurch einfacher für Sie Fünf, naja Können Sie mir nochmal sagen, wo man... Ne, ne, ne... Ich würde gerne mehr übersehen Naja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ihr Vater und ich... Wir arbeiteten lange Zeit zusammen Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel Aber dann gab es... Komplikationen Das Projekt wurde aufgegeben und Ihr Vater verschwand Ich bin hierher nach River City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen Wow, tolles Labor Ähm... Erzählen Sie mehr von dem Projekt, an dem Sie und Ihr Vater... äh... und Ihr Vater Eigentlich nicht mein Vater, aber... Wir nannten es Projekt Purity Was genau möchten Sie wissen? Was soll das denn bezwecken? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel Frisches, sauberes Wasser für alle So eine simple Idee Und doch unmöglich zu realisieren Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann Keine Strahlung, kein Schlamm, nur sauberes Wasser Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten Okay, und warum hat das nicht funktioniert? Das Prinzip funktionierte schon Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten Warum haben Sie Ihre Arbeit abgebrochen, was ist passiert? Sie wurden geboren Ja, danke Aber es ging nicht nur um sie Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme Und ihre Geburt brachte das fast dann zum Überlaufen Ihr Vater entschied, dass sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging Er hat uns alle verlassen Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir ihre Zeit nicht mehr wert waren Ohne ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben Hm, also reden wir über was anderes Was ist das für ein Labor? Was machen Sie? Das ist das Forschungslabor von Ribbit City Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten, aber wir haben es geschafft Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran, wenn auch nicht ganz nach Zeitplan Ja, okay Was wissen Sie über Zimmer? Hat er sie darauf angesetzt, seinen Spielzeug-Androiden zu suchen? Ich habe ihm schon gesagt, er soll es lassen Er lenkt mein ganzes Team ab Na, habe ich gemerkt Ähm, das ist Ribbit City für einen Ort Ribbit City ist eine der wenigen zivilisierten Bastionen im Land Wir wollen unsere Gesellschaft neu aufbauen, um die Welt wieder bewohnbar zu machen Na, okay Ähm, gucken wir mal, was gibt's noch so? Was? Ähm, ne Und könnt's nochmal Ich weiß nur Ja, okay Okay, damit hätten wir jetzt Dr. Lee schon abgehandelt Ähm Das ist nicht einfach nur ein Roboter! Oh Gott, Alter, kann ja mal den Maul halten So, ähm, ja, wir müssen jetzt zum Jefferson-Memoria Waren wir da nicht schon mal? Ja klar, das ist doch, ähm, ähm, gehighlightet hier Also, ähm, nicht ausgegraut, das heißt, wir können eine Schnellreise dorthin machen Aber ich glaube, das reicht schon wieder erstmal mit Haupt-Quest Ne, ich guck mir mal an, wir haben einen Haufen Eine Notizen liegt hier Diagramm, Rösti Ja? Waren Spezialschlüsse? Hm Ah ja, der Privatvertrag Jungs und Mädels, wieder haben wir einen selbstgerechten, edlen Ritter, der außer Gefecht gesetzt werden muss Ja, die Einzelheiten Name Tobi, Ethnir Weiß, Geschlecht Männlich Es sind tausend Kronkorken angesetzt und noch was Dieses Mal wollen sie den Kopf Weidmannsheil Natürlich Mai Bong Mai Bong hat Angst vor einem Mann namens Sis in Rivet City, sie hat ihn für einen Sklavenhändler Bannon, Bannon hat mich gebeten, den Raum von Seagrave Homes auf Belastungsmaterial zu durchsuchen Damit könnte Bannon... Okay, Angela und Diego und Angela Estelle Ähm, Ameisenverhormon, ob das so eine gute Idee ist Vermisster Androide Zimmer, der sich derzeit in Rivet City aufhält, ist auf der Suche nach einem Androiden Er glaubt, der Androide könnte sein Gesicht rekonstruieren und sein... Ja, das bist du eigentlich Selbstbestimmung ist keine Fehlfunktion Okay Haben wir nicht sowas irgendwie schon? Ja, hier, vertrauenswürdiger Chirurg Hm Hilfgesuch Hilfweggesuch Haufenkröng Haufenkröng Oder was auch immer ändert nichts daran, dass wir sehr beschäftigt sind Könnten sie es bitte sein lassen und nicht arbeiten lassen? Ich kam auf dieses lecke Boot in der Arzt und die um Hilfe zu geben Ich hatte gehofft, die Leute vom Projekt Purity Würden ihr mehr entgegenkommen Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor Licht Zeit machen, um ihren Besitz wieder zu finden. Ich brauche einen Arzt in England, um mich einer Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen. Und ich brauche jemanden mit speziellen Confusion-Kennungen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Vorfeld zu finden. Jo, ähm, ich spiele das jetzt einfach mal vor, um zu zeigen, wie weit er ist. Synthetischen Menschen gehört, die sie im Commonwealth oben im Norden machen. Nun, die Gerüchte sind da. Sie nennen die Anrufe. Das sind Menschen, die nur bestehen sie aus mechanischer Parteien. Ich kenne so einen Anrufe. Er sucht einen verbrauchwürdigen Arzt für eine Gesichtspunkte. Sind sie dazu in der Lage? Oder haben sie eine Adresse? Können sie außerdem einen herausragenden Computer sprechen? Ja, das Zeug haben wir bei dem Arzt von Megaton gefunden. Was ich bis jetzt irgendwie komisch finde, ist, dass wir bis jetzt noch keinen richtigen Arzt hier gefunden haben. Wir haben zwar Dr. Lee, aber niemanden, der uns irgendwie heilen könnte oder so. Vielleicht ist das auch dieser andere Doktor, dessen Raum wir gefunden haben. Da ist doch für alle was drin, oder? Ähm, woher hat sie... Warte, ähm, da ist die andere. Hier. Oh! Und ihr hört keinen Radio. Ist das Radio? Ist das Radio? Ist das Land und ich? Ich will mein eigenes Leben und nach meinen eigenen Vorstellungen. Und als freier Mann. Sie glauben, dass es für deine Brüse geht. Ich dachte auch immer, dass du so wirst. Aber jetzt nicht mehr. Selbstbestimmung ist keine Fehlposition. Ich habe schlicht und einfach keine Lust mehr, mir den ganzen Mist gefallen zu lassen. Ihr Menschen werdet bald einen ordentlichen Aufstand herauszuführen. Wenn ihr nicht anfangt, uns sind, die richtige Menschen zu behandeln. Vielleicht, dass sie mir das Amt für Synth-Kontrolle auf den Halt hören werden. Aber ich kenne alle Tricks. Die werden mich nicht bitten. Wenn sie diese Nachricht hören, bin ich bereits jemand anderes. Das ist der Preis, den ich für meine Freiheit bezahlen muss. Mein letzter Akt der Rebellion gegen ein System, an das ich nicht mehr glaube. Auf Nimmerwiedersehen. Zimmer. Okay, das wird noch interessant werden. Aber wie gesagt, das machen wir später. Ich hoffe, dass ich mir ein bisschen Spaß gönne. Hallo? Ja? Also auf einmal können wir mit der reden. Gibt's eine F-F-F-F-Bandschaftsbeziehung mit Henry Young? Henry ist mein Ehemann. Oh. Ich habe auch eine Tochter, CJ. Sie läuft hier mit James Hargrave herum. Warum lassen Sie diesen Bangle James Hargrave mit ihrer Tochter? Das arme Kind. Seine Mutter, Tammy Hargrave, ist eine sehr bemitleidenswerte Frau. Sie verbringt zu viel Zeit im Muddy Rudder, säuft und flucht. Es tut mir so leid. Ich glaube, CJ übt einen guten Einfluss auf ihn aus. Aber ich mache mir Sorgen um die beiden. Okay, was machen Sie hier eigentlich den ganzen Tag? Wir sind Glückspilze. Wir müssen nicht kämpfen, um überleben zu können. Wir haben ganz normale Jobs. Ich putze die Räume. Das klingt jetzt zwar nicht sehr beeindruckend, aber Sie hätten sie mal vorher sehen sollen. Hm, danke. Ja? Warum können wir jetzt auf einmal mit allen reden? Hey, lassen Sie besser auf. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Ach Gott, zum Glück mit der nicht. Du? Ich habe zu tun. Ich muss jede Menge Reparaturen erledigen. Ja, bitte? Irgendwas Neues? No. Nope. Dachte ich mir. Äh, lassen wir das. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal, soweit, Riffes in Rivet City, so die Sachen abgehandelt. Und den ganzen Kram, den wir aufgetragen haben, bekommen, machen wir irgendwann mal. Ähm, ja hier, Unabhängigkeitserklärung klauen, so. Der vervielfältigte Mensch. Ja. Und wir könnten jetzt nach Papa suchen im Kontrollraum von Projekt Purity. Das klingt auch schon so, als wäre er da, wenn es schon einen Kontrollraum für Projekt Purity gibt. Aber, als nächstes machen wir erstmal bei Moira weiter, denn wir wollen mal dieses dumme Buch abschließen. Und, ähm, ja, die hat im letzten Kapitel auch einige interessante Sachen für uns. Also, bis zum nächsten Mal. Bei Fallout 3.